nachladen gut hast du gut gemacht wo ist der dicke hin eine ist noch schöne panzerbrechende muni warum bin ich jetzt schwer tot auch durch die wand ach leck mich doch im arsch so der ist geschichte aber das ist noch nicht alles so gelootet ich habe hier aber keine markierung mehr hast du noch eine hat da hinten kriegt noch so ein kleiner rum so ein runner oder wie die heißen 1 2 3 3 sind hier noch hier draußen hier ist noch ein mittlerer er hat das nervt so ich habe das doch das gilt dachte ich vor zwei ich habe ich habe wieder energie das ist wieder mann was ist denn das hier es ist alles schwarz man sieht hier nüch hochmann lad doch nach scheiße man kann während der läuft nicht nachladen ich bin fest der überzeugung ich habe das gilt ich gucke nachher mal wenn wir ruhe haben das ist ein bisschen störend dann ich habe auch dass man mehr ab kann und man merkt nichts davon ne so war mal ich hab hat er jetzt nachgeladen ja wo ist der dicke die sind mehrere hier ach so ich weiß nicht wo ich bin gleich wieder tot hier ist noch ein haus das war es wohl mit dem idee ich habe tausend mal auf die zwei gedrückt dass nie diese waffe gekommen jetzt drücke ich einmal auf die zwei und dann kommt sie störend mal eine panzer verbrauchten hat man keine ich habe leider keine granaten mehr so ich habe mich geheilt hau doch ab hier auch jetzt ist er auch wieder nicht nachgeladen es nervt kommt der nächste ich habe sie aber beide ich höre schon wieder gas gut der ist weg aber lass mal das waren sie jetzt erstmal war na lieber noch nicht zu früh vor ihnen ich wollte gerade sagen lohn kann ich jetzt kann ich jetzt nicht sagen faustfeuerwaffe mach das bist du flinten munition ist gut den hatten wir am haus so den haben wir auch wir sind noch mindestens zwei ganz dicke da geht einer hier die straße runter wo ich hinguck und der andere ist da hinten irgendwo drohne ich habe keinen platz und das warum sieht man diese drohne nicht ach die liegt hier die ist heil die war es nicht was war das weiß ich höre hier eine drohne die ist wahrscheinlich im boden ach hier ist so ein dicker ah ist es der hier er ist tot hier hinten hier sind auch kleine ach ich habe keine muni mehr scheiße ich gehe mal schnell ins haus so nicht nicht das wollte ich nehmen so warte mal welche muni ist denn für diese waffe da dann nehmen wir die äh quatsch ich wollte nachladen nein eins zwei automatgewehr ja für was anderes habe ich auch noch kaum munition ich nehme erstmal alles noch hier raus ich höre hier immer eine drohne und sehe sie nicht das ist doch die kaputte hier sind die doof das ist aber auch wieder ein fehler ist der kleine weg der hier vorne lief mhm gut hier geht der dicke hier hinterm haus hinter diesem kleinen schuppen wo ich jetzt bin ah hübsch kein adrenalin aber weißt du was mhm hier sind ja noch andere sachen drin wie notsignalfackel und feuerwerkskörper die nehme ich jetzt mal die wären wir eher gern ah nein so nicht brauchst du noch mehr zwecksgeschoss ja diese granaten ne mehr zwecksgeschoss warte jetzt oh alles nehmen ey ich kann nicht alles nehmen ich habe mein inventar schon wieder voll warte mal ich gucke mal rein ich habe davor noch mal das zweifache so warte mal ich muss mal gucken warum ich das jetzt nicht nehmen konnte ach das sind vier 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 alles klar fünf ist das ne wollen wir ihn mal eher gern doch doch ich blende dir ich glaube das gefällt ihm nicht oh nicht da oh der ging daneben wird von hier schießen warum ich kann doch nicht durch ihn durchschießen was ist das denn für ein quatsch ne treff ich oh der hat gehüpft ach dahinter ist auch der zweite hä das gibt es doch gar nicht ich halte voll auf ihn drauf ja der kommt her ne oh der geht ja dann los aber jetzt treff ich er geht nur jetzt treff ich der weiß gar nicht wie ihm geschieht hier das tröstet dann immer noch dass das so ne bugs da sind ne mhm maus so jetzt nehmen wir uns den anderen vor warte ich nimm da auch mal ich nehm nur die granaten ähm geil arschloch zwölf hast du überlebt mhm ich kann dir leider nicht helfen ich hab kein adrenalin ich hab noch eins ja heb das auf wir haben ja schlupfpunkte äh schlupfpunkte wo wir schlupfen können hier in der nähe oh der hat gesessen so und dann guck ich nachher mal wenn wir jetzt hier ruhe haben nach meiner geh nicht zu dich dran ne dass du denn noch erwischt wirst das ist gut es geht ja wenn der jetzt noch ein bisschen besser wäre ne mhm dass man auch eine granate ich hab nix abgekriegt gott sei dank jawohl bittschön ich hab alle deine granaten jetzt äh im inventar die ich genommen hab äh die du mir ich hab da noch mehr als genug von oh ja hier ist ne handgranate drin ich hab wieder handgranaten ich hab jetzt auch nicht mehr viele das sind auch verschiedene aha emp geschoss hoch exklusives mehrzweck geschoss gut das ist mir egal ah so sebi wir haben es geschafft wir haben zwar nicht mit gerechnet aber wir haben es geschafft du freu ich freu mich gerade sehe ich gerade fertigkeiten ich will mal gucken ich hab einen fertigkeitspunkt weißt du bist schon 14 ne den ich hab den von vorn nicht vergeben ungeschlagen überlebender achso wir hatten wir hatten eine funktion erhöht beim abverdienten ep wo war denn das mit nachladen rufschutz erhöht den schadenswiderstand wurfdistanz erhöht die munitionsmenge ich ne dann hab ich das doch nicht geskillt ich hab irgendwo gelesen dass man während des laufens denn waffen schwanken jeden der einzelne zählt schießwütig was ist das erhöht der schaden panzerungsschaden flankenangriff feindmarkierung erklärtes ziel letzter überlebender und was ist das heiler wiederbelebungstempo sichtbarkeit bewegungsgeräusch tarnbewegungstempo markierung ich hab irgendwie in erinnerung dann verwechsel ich da was ich hab dann habe ich mich ganz umsonst aufgeregt EMP experte ist noch gegner zu hacken oha das hört sich auch interessant an ne bergen da kriegt man mehr munition sowas ist nicht ne dass man während des laufens wo war denn das mit dem lauftempo hier beschleunigt das lauftempo schaltet in der inventur da eine zusätzliche leiste verdoppelt den bewusstlosigkeitstimer so dass sich verbündet haben dich wieder zu beleben aha ah hier kann man die gesundheit erhöhen ich hab einmal gesundheitserhöhung gemacht was soll's ne genau hast du schon wieder neu haben wir denn ach scheiße ich hab jetzt auch keinen bock lass uns mal noch was erkunden lange können wir ja leider sowieso nicht mehr und jetzt wird tag ne ist das nicht zum kotzen jetzt wird's tag oh guck mal hier ist wieder sowas bitte öffnen hier wächst das gras rein oh das hätt's aber nicht machen brauchen was denn dich hinter die tür stellen das stand doch nicht hinter der vor der Tür ja das ist komisch ne ja das wenn du dir das video anguckst siehst du es ja selber es ist halt so es ist so verwirrt bloß es ist verwirrt bloß jedes Mal ne hier ist ne Waffenkiste ich kann nicht ran jetzt Schalldämpfer für Sturmgewehre hm was hast du denn Passa Bernige Bern 90 vier Sterne legendär ich hab noch nicht eine so ne Waffe gefunden das nervt mich auch hier ich leg dir mal was hin noch nicht eine zum angucken ach sowas ja alles nehmen gut du kannst sie auch mal angucken ne lass mal dann ärgere ich mich noch mehr noch nicht ein einziges Mal du hast schon die zweite ne mhm ja ich hab einen 5 Sterne und einen 4 Sterne ja ich das beste was ich hab ist 3 und dabei ist es geblieben ach dafür ist die 50er Munition ah und das finde ich denn wenn man die Waffen jetzt braucht um hier besser klar zu kommen finde ich das natürlich blöd weil die Gegner werden ja auch stärker dann brauchen wir natürlich aber hier ist nichts weiter auch stärkere Waffen logischerweise finde ich warte mal warte mal so Wegpunkt entfernen setzen oh das sieht geil aus zeig ich mal bleib mal stehen ich steh doch ja ja aber da hast du noch nichts drauf gebaut ne nö ich find das auch ohne Schimpf na ein Zielfernrohr und sowas könnte man ja noch aufbauen also wird's zumindest bei mir nicht angezeigt so finde ich wieder die aber da braucht man die ganz seltene Munition Punkt 50 oh hier steht ein Auto drin ein Auto ist aber selten hier ist aber nix drinnen komm nicht mehr raus doch hier hier kann man auch reingucken oh Munition jetzt habe ich hier einen Schalldämpfer mit 4 Stern öh für Jagdgewehre ich habe noch Müll drin ja so ist das achso ich vergaß äh Sebi mhm warum bist du weggegangen weil ich loote ich kann das doch nicht alleine machen hier ich höre nix ja kann ich ja nicht mach ich ja nicht wenn du nicht raus kommst ich bin im Haus ich habe gerade meine Wohnung gefunden wie ist es hübsch ich warte hier ne du musst doch eh herkommen nein er ist das ja dann schmeiße ich es weg alleine brauche ich nicht tanzen ne deswegen soll es hier herkommen du musst doch eh her ich brauche den Platz vielleicht ja dann sag doch was ja ich sag nichts ohne Grund dann musst du dir auch mal was sagen hab ich doch nö 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 Hier ist auch nix. Hier ist gar nix in der Scheißhütte. Sollte auch was drin sein? Ja. Das war alles. Deswegen sind wir hierher gegangen. Drei von vier Beute. Okay, das ist online. Wo ist denn meine Markierung? Ach, da. Was ist denn da? Sind das wieder so ne kleinen? Dann brauchen wir da nicht hinlaufen. Oh. So weit war das doch gar nicht. Hier ist ein Hafen. Oh, da sind Schuppen, die man untersuchen kann. Langsam. Drei Beute. Oh, noch einen Moment. Na gut, drei Beute ist ja nicht so viel. Drei Beute sind drei Beute. Vorsichtig jetzt. Einmal Adrenalin. Und ich hab keinen Platz. Ist mir jetzt egal, ich will Adrenalin. Kann ich auch nicht nehmen. Ach hier, den kann ich wegwerfen. Nehmen. So. Einmal Adrenalin war da drin. Einmal. Das zweite Mal, dass ich heute was gefunden hab, glaube ich. Aber wir fordern dich nicht, ne? Mit dem ganzen Adrenalin. Ja. Wir hatten mal ganz viel, ne? 20 hatte ich mal. Ja, mehr ist hier auch nicht. Hätten wir mal alles mitgenommen, was wir gefunden hatten. Ja, da wussten wir ja, da hatten wir ja keinen Platz. Das ist ja immer das Blöde, ne? Schaffen wir noch einen? Ach, da ist die Eins. Das schaffen wir noch, ne? Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ja, durch an der Seite. Lieber? Jo, geht. Geht wunderbar. Wunderbar, Ski.